hit the road jack don't you come back no more no more no more no more hit the road jack don't you come back herzlich willkommen zu seiner weiteren folge dead by daylight ich bin der basti ich bin heute das monster mit dabei ist der mikey lp basti du musst jetzt hallo sagen hallo der michi und der sebi morgen ja ok so und wir sehen uns nach der mitsche wieder tschüss guck die aboneration laufen die kannst du auch machen was haben wir denn hier nicht für opfer gab drei stück alles meint ja ist klar was bringt diese opfer gaben überhaupt keine ahnung ich hoffe es kommt mal in mein neukiller doch da sind wir auf machelan anwesend meine maus geht er hat den geist so scheiße du arsch tabi wo ist er bei mir wo bist du selbst weiss ich dass er bei dir ist ist er nicht fucking jetzt das ist er nicht dein fucking jetzt Fick dich! Ich habe dich gesehen! Boah, der nervt! Boah, der nervt! Ach, deswegen ging das so um! Ach so Leute, kleiner Tipp, die Haken im Keller kann man nicht sabotieren. Ja, ich weiß. Und jetzt stehe ich im Keller und komme nicht raus, weil er direkt übern Keller ist. Ich würde das Herz klopfen. Ja, jetzt hast du im Keller nachgeguckt, wa? Nein. Zum Glück. Weil du kannst die Herz klopfen hören, weil ich unsicher bin. Ja, das weiß ich. Ich weiß, ich auch. Ich wollte dich nur in die Ehre führen. Das passt aber nicht, das ist ja... Weil ich bin tatsächlich im Keller im Schrank. Scheiße. Bist du nicht. Bis auf dem Dach. Bis im Haus. Weil der oben da ist. Boah, wie lange? Alter. Ist er verkehrt! Nicht das ist verkehrt! Ist er verkehrt! Ist er verkehrt! Äh, schon wieder hinter Savvy her! Alter. Oh mein Wechselkasten ist kaputt. Wo ist denn der Sebi? Sebi wo bist du? Ich kann ich nicht sehen. Ach da hinten ganz. Nein, wieso musst du mich nehmen? Weil ich kann es. Ah du hast eh verloren, hier ist direkt ein Haken. Nein, 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 musst du nicht, musst du nicht. Du hast schon verloren, hier ist der Haken schon direkt. Lass dafür sein. Nein, nein, ich werde den Kampf nicht aufgeben, ich werde nicht aufgeben, ich werde nicht aufgeben. Tschüssi. Ich habe keinen Fall gewöhnt. Und der Kampf wird nicht aufgeben. Ja, super. Kollege, such mal gar nicht. Ebi, wo bist du? Ach da bist du. Nein, 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 du hast verliebt. Alter, was für Volli das bin ich. Der ist seine Arme. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Guck mal hier war der Generator. Dann nehme ich direkt an, aber ich nehme mir den Generator auf. Ja, ja, ja. Ach, super. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, tschüss Leute. Mach. Mach das, wie immer. Mach gut. der haut bei mir ja ich sieh ihn wo ist denn jetzt der andere aus, michi immer noch bei mir er hockt im camp bei mir michi ein ausgang ist offen lauf weg lauf weg einfach bei mir ist der ausgang offen hier wie kann mich sehen ich bewege michi immer an der mauer lang wenn du nicht weißt wo der ausgang ist ja haha wenn ich ein falsches tor finde dann ja ja ich weiß ja nicht wo der andere ist sonst würde ich den auch noch aufmachen aber ich finde den nicht lauf hier rum an der mauer ja ich auch ich bin bei ein fuhr und es ist offen hallo michi wo bist denn du jetzt warten wir mal kurz ja wir warten wer kommt der ist da los hier komm los komm lauf michi das war ein bisschen gemein ach fast gemein egal einer habe ich gekriegt und den habe ich gut gekriegt doch das meine ich mit dem werkzeugkasten ist gemein siehst du wie schnell das ging jetzt ja machen wir bei online spiel auch ein paar sehr viele leute ja aber stimm mal vor los sein das können nicht alle machen immer so oft weil der werkzeugkasten ist ja nachher weg ja tatsächlich habe ich keinen einzigen generator mit einem werkzeugkasten repariert ja aber nicht du aber mein kollege ich habe zwei generatoren gemacht und das ohne werkzeugkasten ich habe nur zwei haken sabotiert ich habe mir vorhin in die arme gelaufen ist das fand ich so geil ich oder was ich bin rein in die bude ja jetzt rein in die bude haust dich drin vor ich bin schon rumgelaufen in dem moment ne aber ich bin schon rumgelaufen in dem moment ne und ich bin schon rumgelaufen ne ja und ich war hinter dir bist du also in haus drin ja ich war auch ich weiß was im haus drin war es war ja hinter einem her aber ich habe mich irgendwann verloren ja und ich rein in seinen englern ja so wir beenden dir die Aufnahme tschüss tschüss tschüss